Banne beim Lautsprecher Google Mini Hören Googles Minis unsere Gespräche mit und leiten sie weiter? Bei einem Test stellten Journalisten genau das fest. Ein technischer Fehler führte offenbar dazu, dass alle Gespräche und Geräusche aufgenommen wurden. Betroffen seien nur Testgeräte und nicht die Mini-Kaufversion, betonte Google. Obwohl nur einige wenige Geräte betroffen waren, trifft der Vorfall genau die Ängste, von smarten Lautsprechern belauscht zu werden. Die Geräte, die Sprachbefehle der Nutzer ausführen können, hören eigentlich nur zu, wenn sie aktiviert wurden. Das können Wegwörter wie OK, Google oder Alexa bei Amazons Echo-Geräten sein. Zugleich ist es möglich, die Mikrofone per Knopfdruck zu aktivieren. Beim Google-Menü hält man dafür den Finger auf die Oberseite des Geräts. Diese Funktion war auch das Problem, der Lautsprecher registrierte einen Fingerdruck, auch wenn keiner da war. Aufgefallen war der Fehler dem Journalisten Artem Roussakowski vom Technologieblock Android Police, der feststellte, dass der Lautsprecher lange Mitschnitte auf die Google-Server hochlöt. Google deaktivierte als ersten Schritt die Funktion für alle Mini-Geräte. Google deaktivist蔑 Wurfsakắmbesch ברactwischen Uh-Kommis Google deaktivist蔑 Wurfsakắmbesch